Also ich habe auf Facebook jetzt als letztes geschrieben, auch Zucht und Ordnung kehren wieder ein und es brennt ein Ausländerheim. Ich habe dazu geschrieben, fast als religiöse Metapher. Nur würde das auch jeder Anti-Nazi-Schriftsteller irgendwie formulieren, ob sogar die Gefahr herrscht, wenn wir unterliegen. Das würde genau sein, Thomas Bernhard vielleicht schreiben oder weiß Gott wer. Und kann man anderer Meinung sein oder das glaube ich nicht oder was. Ja, aber vielleicht sind Sie auf Facebook der deutschen Sprache nicht mächtig. Ich weiß es trotzdem nicht mehr.